So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Haben uns ein bisschen erholt von dem, was Kunde-Tage mit uns gemacht hat. Ich will es verdrängen. Ich war eben schon unter der Dusche weinen. Das ist, ja, ich brauchte auch erst mal fünf Minuten, um mich jetzt hier, also einfach mein Leben zu darauf fragen, was mache ich hier eigentlich. Also das ist vor allem Grütel-Tage, weiß ich nicht. Okay, ich lasse mich nochmal fangen. Und dann öffne ich mal mit dem rostigen Schlüssel. Ach so, die Nummer hast du dir aufgeschrieben, ne? Die habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir einen Screenshot gemacht. Welche Nummer war es, wenn ich fragen darf? 7-5-7-2-1-5-9-4-0-0-3-2 7-5-7-2 sagst du, ja? Hm. Okay, das ist gut. Ich wollte nur abtesten, ja. Warte, macht er das schon wieder? Okay, da sieht man die Nummer nochmal. Okay. Komisch. Ist das jetzt eine neue Nummer, weil er wieder dran war? Ja, ne, es war gerade nochmal 7-5-7-2 oder nicht? Oder habe ich jetzt falsch gesehen? Kann sein, dass die sich ändern oder so, dass er da öfter zocken geht oder sowas. Also, ja, ja, der kommt öfter mal zurück. Und, äh, aber gut, da kann sein, dass da irgendwann eine neue Nummer kommt oder so. Es gibt, äh, ich glaube nur vier oder fünf Nummern, die da auftauchen können. So, weißt du? Okay, also... Aber das war gerade die gleiche Nummer, oder? Das war gerade die gleiche Nummer, die angezeigt wurde. Da stand eine Nummer da, habe ich gar nicht drauf... Ich habe auf meinen Zettel geguckt gerade. Ja. Wurde gerade nochmal eine Nummer angezeigt? Es war gerade 7-5-7-2, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das müsste die gleiche sein, trotzdem. Okay, okay. Ah, ja. Ach, doch, doch, komm. Mach den... Du hast Nerven, nochmal hierher zu kommen, Mensch. Störst mich ja einfach. Was tust du hier in unserem Haus? Fahre ich dich jedes Mal. Und ich kriege nie eine Antwort von dir. Bist du ein Agent, das würden wir dir aus oder hilfst du mir, ihn zu besiegen, hä? Weißt du, was gerade richtig helfen könnte? Was? Das, äh, das Menüfeld Reden. Ja. Ja, das ist witzig. Die Figuren, die sprechen dich ja einfach an und, äh, bombardieren dich halt irgendwie immer mit den gleichen Sätzen, weißt du? Und wenn du die halt nicht interpretieren kannst, hast du halt Pech gehabt, ne? Schade, dass du nicht auf meiner Seite bist. Naja, so ist das. Forever alone. Und tschüss. So. So, jetzt musst du jetzt nur noch das, äh, oben da, äh, irgendwie öffnen. Das fehlt noch. Hä? Benutzt du den rostiger Schlüssel mit? Okay, das ist nicht der richtige Schlüssel. Du hast aber die richtigen Schlüssel im, äh, hast dann eher, glaube ich, im, äh, im Besitz. Vielleicht ist Bernhard die falsche Person, weiß ich nicht, ja. Ich hab doch alle Schlüssel probiert. So, nochmal von etwa ein bisschen kuscheln. Oh, ein unwillkommener Gast. Ja, weißt du, ich hab da, weißt du, ich hab da eine Verspannung im, im Oberwadenbein. Oh, im Oberwadenbein, da kann ich dir helfen. Soll ich meinen Freund grünen Tentakel mal dazu holen? Oh, bitte nicht. Oh Gott, ey, das ist wirklich, das ruiniert mir richtig das Bild von dieser Figur, ey. Der war immer so putzig. Ja, wirklich. Mit seinem Tentakelkatzenklo und so, weißt du? Oh, das Tentakelkatzenklo, das war so süß. Oder, was auch lustig war, mal sein Sitz, äh, was war dieses Sitzkissen oder Sitzessel, ja. Das Problem ist nicht, wie ich reinkomme, sondern wie ich rauskomme, ja. So, ganz kurz. Weißt du, was völlig bescheuert ist? Ist es dir aufgefallen gerade? Es ist derselbe Schlüssel für beide. Also, das ist das, das verstehe ich nicht. Weißt du, das wird so, das wird so da, also ich würde davon ausgehen, wenn ich so viele Schlüssel bekomme, weißt du? Ja, dass es verschiedene Schlüsse sind. Das sind es aber nicht. Ich habe gespeichert, öffne, Tür. Äh, benutze, äh, okay. 7, 5, 7, 2. Die Tür ist abgeschlossen, okay, das ist nicht. Was war da noch? 1, 5, 9, 4. 1, 5, 9, 4. 0, 0, 3, 2. Keiner von den Nummern ist richtig. Ja, aber du hast ja noch eine andere Nummer, wenn du dich erinnern kannst, ne? Weißt du noch welche? Du musst mal ganz genau hinschauen. Zinker, zinker. Ach, die, die da drunter lag, die drunter stand, unter dem Safe. Ja, die kannst du mal nehmen. Vielleicht klappt die. Wie war die denn? Hast du die öffneschrieben, oder was? Ne, die hatte ich mir gemerkt. Die hast du nicht gemerkt? Das scheinbar nicht, ja. Ja, für den kurzen Moment gemerkt. Es war so, okay, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ach, scheiße. Ja, im Notfall. Ja, im Notfall kann ich dir einfach die Nummern sagen. Es sind wieder irgendwie fünf oder sechs verschiedene. Da probieren die jetzt einfach durch, bevor du jetzt nochmal neu lädst, oder? Ja, okay, komm. Komm, also 0, 1, 2, 0. Ne, das ist nicht. Dann nochmal. 1, 0, 2, 9. Ist auch nicht. 1, 2, 3, 0. Okay, dann haben wir noch 2, 3, 6. Ne, Alter, ne, ne, Moment. Ne, da haben wir noch 2 Nummern. Das wollte ich sagen, nicht nochmal. Okay. Dann machen wir nochmal. Also, jetzt kommt die Nummer. 3, 6, 2, 1. Okay, dann hoffen wir, dass es die letzte ist. 4, 1, 8, 6. Obwohl, das war ja die Nummer für Ihren Save, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Warte, pass mal auf. Wir gehen jetzt einmal die Nummern durch, die ihr bei dem Spiel von Dr. Fred auftauchen könnt. Oder willst du jetzt extra nochmal da hinlatschen und das alles, ne? Ja, komm. Komm. Ja, bevor wir das jetzt... Ja, müsst jetzt nicht nur zurücklaufen. Warte, jetzt muss ich nochmal die Nummern finden. Warte mal, wo stehen sie denn? Also 757 hat man ja schon, ne? Also 3301, probier das mal. Es ist nicht 5858. Auch nicht, dann haben wir noch eine Nummer, 8640. So, jetzt speicher. Die letzte Nummer war's. Ja, okay. Wer soll reingehen? Ich guck mal, wer hat alle Sachen, die ich brauche, Bernhard oder Razer? Die beiden halt. Dave, der macht nix, der guckt auch seinen Stein an, der ist ja stolz auf seine Leistung. Dave, wir gehen mit Dave rein. Der hat nämlich nix im Inventar. Was machst du hier? Aha. Hab ich dich beim Spionieren erwischt. Dr. Fred bezahlt mich gut für so etwas. Hahaha. So einfach kommst du ja nicht rein. In das Verlies, Einbringling. Das ist ein weiter Weg. Ich hoffe, du hast Nahrungsmittel eingepackt, ja. Ja, also wir sind noch mal kurz rausgegangen, ne? Noch mal so für kleine Zentakel. Dieses Mal stelle ich sicher, dass du hier nicht rauskommst. Es ist auch lustig, oder? Also, was hat der gerade gemacht? Ist der gerade noch mal irgendwie ums Haus gelaufen oder so? Noch mal ein bisschen ausgepowert, oder? Hm. Du hast doch die Schlüssel, Alter. Hm. Aber das denkst du auch nicht, dass beide Schlüssel... Ne. Ja. Ja. Das ist meine Schlüssel da für diese Dinge. Also, das ist ein Schlüssel für beide Schlösser. Genau, genau. Ja. Das war was? Drei, sechs... Äh... Warte mal, bevor du das machst... Jetzt, bevor du das machst... Gib mal irgendwas jetzt ein, ist jetzt egal. Du merkst ja, wir kommen scheinbar noch nicht rein, ja? Da fehlt ja noch was, wie du merkst, ja? Also, da ist Puppertentakel, der uns im Weg steht. Das heißt, wir müssen noch ein paar... Wir müssen noch ein bisschen was machen vorher, ne? Ich weiß, was wir machen müssen. Was denn? Was vermutest du denn? Wir müssen Puppertentakel hier hinlocken, indem wir noch mal den Hauptschalter ein- und ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Kannst du auch versuchen, ja. Wer hat? Das ist eigentlich eine Idee, tatsächlich. Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert. Hauptschalter. Schalte aus. Hauptschalter. Mal kurz warten, dann. Oh ja, da ist es wieder. Ah, schön, ne? Jetzt wird mir noch im Schlaf in den Ohren klingeln, Floppy. Ich sag's ja, ne? Ja, kannst du überspringen, jetzt kommt der Puppertentakel wahrscheinlich. Was soll ich noch machen? Solche Sachen ändern. Mal. Ja. Kannst du, denke ich mal, zu einer anderen Person. Warte, warte, warte. Na, jetzt, jetzt kommt der ja nicht. Der kommt ja nur, wenn du dir, wenn du das Ding, glaube ich, ausleihst, oder? Also, ich glaube, du musst es, du musst es noch ein bisschen, ne? Ein bisschen laufen lassen, und dann kannst du mit Dave da, äh, mit den anderen da reingehen. Mit, wie drüber. Wie soll ich die Welt übernehmen, dauert solche Sachen passieren? Ja, und jetzt kannst du, ich muss ja jetzt, müsste Puppertkommen, wenn Tage stehen gestanden. Hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Du kennst ja die Schose, ne? Das... Das weiß ich. Wir können den Hauptschalter auch ein bisschen besser sichern. Das ist aber nicht. Haben wir Sachen zu tun. Okay, Razer. Wie war der Code? 8640. Hä? Nee. Es ergibt keinen Sinn, aber, äh, nee, so kannst du es nicht machen. Ich wusste jetzt wirklich nicht, ob das funktioniert, ne? Aber... Du musst, äh, du musst, äh, du musst, äh, den Tagesschein mal anders loswerden. Tatsächlich. Es ergibt keinen Sinn, ne? Der wird gerade dahin geschickt, aber gut. Für mich hätte es jetzt Sinn ergeben. Es hätte auch Sinn ergeben. Es ist auch völlig logisch. Darf du sagen, weißt du? Und hast dann hier freie Bahn, aber das ist es nicht. Aber guck mal, das ergibt auch keinen Sinn, dass er aus der Tür rauskommt, um dich da einzusperren. Also... Ja. Also, ich sag mal so, mach jetzt mal, äh, der Weg ist nicht, puro Tentakel irgendwie, äh, rauszulocken. Also, du hast, äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, auch eine Möglichkeit hast du ja schon angefangen, sozusagen. Ja. Eine Möglichkeit habe ich schon angefangen. Ja. Also, du hast ja noch, ich sag mal, da sind wir ein bisschen gedanklich von weggekommen oder so. Du hast, äh, du hast ja, du hast ja ein Rätsel sozusagen noch offen oder eine Sache noch offen, die du schon begonnen hast, wenn du dich erinnerst. Ach so. Ich wollte ja Grün Tentakel, äh, zu einem Rockstar verhelfen. Ach, fuck. Dave will ich grad gar nicht. Oh, das war doof von mir. Oh, jetzt muss ich, jetzt muss Dave nochmal für Liebesspiele mit Edna herhalten. Ja, er freut sich, das ist das erste Mal. Das ist, der geht ja ganz jungfräulich ran, ne. Also, Sandy lässt mich ja nicht, ach nee, falsche Stimme. Er ist cool, er ist Sportler und er sieht aus wie der typische 80er Jahre Filmhauptcharakter. Ja. Genau. Ja. Mein Sandy Baby lässt mich nicht ran, darum hol ich's mir jetzt von älteren Frauen. Ach so. Na ja. Auf alle. Reife Frauen ab. Reife Frauen ab 50 ist vielleicht noch ein bisschen zu niedrig eingeschätzt bei Edna. Wilde Krankenschwestern in deiner Nähe. Oh, ein unwillkommener neuer Gast. Hallöchen, du bist ja ein Schnucki, ja. Uiuiui. Bist ein Sportler, hä? Hältst du bestimmt lange durch, hä? Wie Bernhard da steht vor der offenen Tür. Soll ich jetzt rausrennen oder nicht? Ich weiß es nicht, hm. Ich bin ein bisschen überfordert. Da schlägt sie einfach die Tür direkt vor der Nase zu, ne? Dave, du weißt, wofür du gut bist. Der Stein soll's sein. Ja, findest du den Stein nicht halt. So, jetzt auch mit mir raus. Oh, das sah gerade witzig aus. Hast du das gerade gesehen? Daraus hat er gerade so eine richtige Strubbelfrisur gehabt, weil du mit Razor hinter ihm standest. Das sah ziemlich witzig aus. Ich weiß nicht, ob du das jetzt rekreieren konntest oder das sah... Warte. Das sieht gut aus. Richtig schöne... Tolle hat er ja, ne? So eine schöne Dauerwelle, ja. Und eine Dauerkrause war er. Bernhard? Ach ja. Ach ja. Ich sag auch so, ich wär so fehlerhaft das Spiel auch ist oder so. Auch wenn das Spiel seine Macken hat, das ist schon sehr charmant trotzdem. Also charmanter definitiv als Jack McGregor. Also das muss man wirklich mal sagen. Haben wir das Demo-Tipp schon? Ja. Hast du es schon bespielt? Hast du es bespielt in dem Speicherstand, den du gerade hattest? Äh, ja, weil... Sonst heißt es ja nur Kassette. Ach, stimmt. Ja, hast recht. Demo-Tipp, genau. Ist richtig. So, sieht doch schon mal gut aus. Bin ich grad blind? Bin ich grad blind? Ist das alles zu finden hier, ne? Hä? Ist da jetzt einfach. Ah, Band im Umschlag. Sie kleben! Jetzt muss ich noch die Adresse draufschreiben. Sie kleben, ein Wunder der Wissenschaft. Aber wie? Ich hab keinen Stift. Ah, äh, genau. Jetzt zeigt er... Jetzt spielt er wieder da. Ja, egal. Ja, äh, du hast keinen Stift, das stimmt. Gut. Den hast du nicht. Ja. Ja, die Adresse hast du jetzt ja, das musst du dir nicht extra aufschreiben, das ist sozusagen, äh, das merkt die Figur sich. Es gibt halt ne Möglichkeit, wie du halt das beschriften kannst. Das musst du jetzt halt nur machen und dann hast du eigentlich alles. Irgendwo muss es einen Stift geben. Ah, die Schreibmaschine. Jetzt müsste man die Schreibmaschine nur wieder finden, ne? Wo war sie? Na, Floppy, erzähl mal. Wo war sie? Kannst du dich erinnern, in welchem Zimmer das zumindest war? Es tut mir so weh, wenn ich alles durchklicke. Das ist wirklich so... Ich sag mal so, ist der Floppy oben, wird man ihn loben, ne? Also... Boah, da gibt's jetzt bestimmt Leute, die gucken sich das an und denken sich so, hm, der Junge ist ziemlich dumm. Aber muss ich jetzt eigentlich sagen, ganz ehrlich, ich würde gerne mal diese Leute sehen, wie die das erste Mal Menschen gespielt haben, weißt du? Also... Da ist es halt so die Sache, ey. Das kann man immer gut sagen, wenn man die ganzen Lösungswege schon im Kopf hat, weißt du? Wo war dieses... Ähm, du gehst nach unten. Du warst schon richtig, ey. Du warst schon auf der richtigen Etage. Hm? Ja, du musst die... Benutze doch, wie soll ich sagen, äh... Benutze die volle Länge des Flures, ja? Ich find's irgendwie lustig, dass du alle Türen andrückst und nicht die, die du andrücken musstest. Du hast eine Tür nicht angedrückt auf der ganzen, äh, ne? Ey, ich hab's grad so... Ich kann's verstehen. Ja, ja, der lässt sich jetzt nicht los. Jetzt wirst du dann klassisch messen. Soll ich dir einfach sagen, welchen Zimmer die ist, oder willst du noch ein bisschen rumsuchen? Äh... Ich merk schon, deine Motivation sinkt immer weiter. Ja, langsam ist so der Punkt erreicht, wo ich mir denke... Ja. Aber ich muss auch sagen, äh, so schl... Ah, jetzt war ich zu langsam. So schlimm wie in Maniac Mansion verlaufe ich mich sonst tatsächlich nie. Ja. Ja, ich muss auch sagen, die Edison Villa hier ist auch komisch aufgebaut, ne? Also... Ja, die gibt irgendwie so... Der gibt halt keinen Sinn so richtig. Ja. Ja, ich mein, der guckt dir mal an, wo das Teleskop da hinschaut, oder wo, sag ich mal, Etnas Raum vom Teleskop aus sein soll, laut Architektur so. Ja, ich mein, der auf der Necke ist halt, find ich auch gut, dass wir das ein bisschen eingeschränkt haben. Das ist halt schön, schön logisch. Du hast einen Keller, Erdgeschoss, erstes, du hast noch so ein zweites und dann ein Dach. Dach, Dach, Boden, Dach, das war's. Du hast dann eine schöne Abkürzung vom Dach zum, äh, zum Erdgeschoss wieder. Auf der Suche nach der Schreibmaschine. Hier sehen wir einen Floppy. Er sucht eine Schreibmaschine. Und geht nochmal jeden Raum durch. Auch die, die er schon zehntausendmal angeklickt hat. Aber das sind auch schöne Räume. Man kann auch die Räume einfach mal bewundern für das, was sie sind, oder? Ich meine... Okay, du meintest die eine Tür, die ich nicht angeklickt habe. Stimmt, hier war die Schreibmaschine. Irgendwie hatte ich einen anderen Raum in Erinnerung. Ja, ich glaube, man nimmt das auch einfach nicht wahr, wenn man nicht weiß, dass sie wichtig ist, oder? Also, das ist halt so... Ich tippe die Adresse vom Herausgeber. So, herzlichen Glückwunsch. Speichern lieber. Speichern lieber nochmal. Die Katze ist gerade wieder auf den PC gesprungen. Nicht den PC ausmachen. Wicker. Nein, nein, nein. Oh Gott. Also, wenn die das gleiche abbricht, dann wissen wir ja Bescheid, was passiert ist, ja. Ich ahne, es schlimm ist, wenn die da so liegt. Vielleicht musst du einfach mal so ein Gestell über den Knopf bauen oder so, dass sie sich da nicht drauflegen kann oder so. Ich muss mir mal echt was überlegen. So eine Kuppel oder so. Oder es gibt tatsächlich, wurde vor ein paar Jahren vorgestellt, es gibt jetzt, es gibt einen Fernzünder quasi für den PC, den du einfach da anschließt am Mainboard und dann übers Gehäuse nach draußen legst. Und ich habe mir damals gedacht so, wozu braucht man einen Fernzünder für den PC, wenn der PC doch einen Ausschalter hat? Das war für mich total unlogisch. Als gerade denke ich mir so, hm. Ja, sehr umständlich, ne? Ja, als gerade denke ich mir... Ja, weißt du was, was bei mir geholfen hat tatsächlich, bei dem einen PC, da war das... Da meine Katze auch immer, ist ja immer drüber gelaufen. Ich habe da irgendwas Gerades draufgelegt, so ein Buch zum Beispiel oder so, da hat zumindest, wenn die da draufgesprungen ist oder sich da draufgesetzt hat, wurde der Knopf nicht reingedrückt. Das ist ja immer nur, wenn die punktuell so mit ihrem Foto da draufdrückt, weißt du? Also... Öffne... Da hat es funktioniert. Öffne... Nicht Zeiger. Öffne... Ah, du müsstest den Briefkasten öffnen können eigentlich. Öffne... Ah. Ja, du musst den ganz äußeren... Was für... Tja, Bernhard ist schon überfordert damit, den Briefkasten zu öffnen, ne? Das ist halt auch wirklich so die äußerste Kante von dem Briefkasten musst du andrücken, ne? Oh, das ist doch... Wenn es nach oben ist, war... Wie, nach oben oder nach unten? Wie war das mit den Ami-Briefkästen? Na, oben heißt das was drin, oder nicht? Unten heißt, glaube ich, hier auf dem Wegen, äh... Losschicken, glaube ich. Also du musst mal... Drück mal nach unten, mal sehen, was passiert. Oder? Ich weiß jetzt nicht, ist es... Warte, ich, äh... Ich weiß nicht, wie das mit den Ami-Briefkästen ist, warte. Äh... Na gut, Dankeschön, denn danke, wenn ihr den Zeiger benutzt, ne? Was heißt das? Der Zeiger oben ist oder unten? Äh... Ich bin jetzt mal so frei, da mal jetzt kurz hier reinzugucken, ich weiß nicht, wie auch nicht, äh... Ah, da ist wieder der unentwickelte Film. Ach, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemals, äh, ne Filmrolle lag hier im Gebüsch. Du musst, äh, tatsächlich, warte mal, äh, du musst die Mailbox, äh, den Dings nach oben machen, hat er ja das Recht gehabt. Also, das Fähnchen nach oben. So. Zielzeiger. So. Gut. Und jetzt wirst du ein Rockstar, Grün-Tentakel. Ja, weißt du, was du jetzt machen musst? Was? Warten. Du musst jetzt in Echtzeit warten, bis da, bis da Mailman kommt, ja. Okay, dann gehen wir mal hier rein, in ein paar Räume. Also, du musst einfach ein bisschen Zeit tot schlagen jetzt, aber du hast alles schon gut gemacht. Ich muss sagen, das Schöne ist jetzt, dass ich dich dabei habe, weil, so kann man in diesen Phasen, in denen man tatsächlich nichts machen muss, einfach mal labern. Und, weil es mich gerade nervt, mache ich gerade mal was, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es jemals machen würde. Oh, oh. Ich mache das Wasser aus. Naja, ist ja schön, du denkst an die Wasserrechnung der Addisons, das ist, äh, sehr edel von dir. Also, nachdem, äh, der Wasserhahn so vier Stunden durchlief. Ja, ich meine, wie lange, also, wie lange gehen eigentlich schon die Aufnahmen, also jetzt nicht heute, sondern generell, also, da ging es schon bestimmt vier, fünf Stunden, oder? Also, jetzt der, der Wasserhahn, das war schon, das war schon ordentlich was angesammelt, glaube ich. Die Addisons haben es nicht gemerkt, aber gut, was will man machen? Fred hängt in seinem Keller ab, seit fünf Jahren, Edna ist einsam in ihrem Zimmer und nachtun. Ja, Edna denkt sich so, hä, ah, dass das Wasser läuft, das ist ja normal. Bei mir, ähm, ja. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Bei mir ist das ja nicht anders, aber so ist das im Alter, ne, naja. Also, wie viele Minuten das jetzt dauert, weiß ich tatsächlich nicht, aber es hieß beim Prinzip ja, du darfst nicht am Briefkasten warten, wenn du das machst, dann kommt der Mail dann nicht. Also, ja, es ist, ich klicke gerade einfach mal gelangweilt rum. Dann würde ich mich an. Wie viele Stunden die Brom. Pozen die Brom. Pozen die Brom.